Yo, let's go Digga, da wird gar nichts kommen Oh, jetzt Ist der Keine Ahnung, bro, geil Als ob So, jetzt nichts Falsches drücken Achtung, ich drück Oha, 500 irgendwas 550 Was? Im ersten Pick, Digga GG, ist das Oh, der sieht gut aus Ups Walkout aus 7k sets Oh mein Gott Oh mein Gott Krass Ob ich euch grüßen kann, macht glaube ich keinen Sinn Billion Ja Oh, sogar 85 Das geht 's Oh. Ach, da kam bisher noch nie was, Digga. Ja, mein. Stimmt, ja, ja. Machen wir den erstmal weg. Auf geht's, komm. Ist okay. Digga, voll viele Picks, man. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich so viel aufgespottet hab. Ja, Ahmed, spart die 5k Picks dich auch, weil das dauert sonst, glaub ich, zu lange. Genau. Jawoll, jetzt, komm. Ronaldo nimm ich auch mit. Ne, ma, bitte. Ey, Mann, zum vierten Mal Fabinho, Mann. Kann man nicht für den Asch-Plus-Pick noch machen, da fragt einer bei mir. Okay, ist schon weg. Schade. Noch back to back. Jetzt aber. Neymar, komm. Ja, Neymar, komm jetzt. Ey, nein, Mann. Wings Casimiro. Oh, ja, dankeschön. Ja, die Wand muss noch flaxen, die mit Brasidien. Uh, ist sogar tauschbar. Also, so richtig viel Durchläufer und Walk-Outs, ja, das ist ungewohnt. Geht wieder durch. Kann man noch ein Icon-Pack machen? Wir schauen. Let's go, jetzt aber. Ja, komm, bitte, ist es einer? Nein? Aguero, Aguero. Halt. Gülhan, grüß dich, Mann. Info? Schön wär's. Es werden aber viel bessere Karten kommen, glaub ich, dem nix. Ah, nicht mehr durchschleifen. Komm, wenigstens aus dem anderen. Ich glaub, auch. Auf geht's. Auf geht's. Ein Valverde hier. Komm, bitte, Hauptsache, Walk-Outs, Mann. Jawohl. Komm, bitte, ist es einer? Jawohl. Frankreich. Ich hab keine Ahnung, wie er... Edoardo, Edoardo. Ey, es gibt doch noch diesen Rechtsverteidiger da, wie von Leipzig. Stimmt. Oh, ist okay. Oh, ist okay. Auch von der Kante. Ja. Ja. Ist okay. Ich hab keine Ahnung. Und dann. Wenn du sich malость spürst. Vielen Dank.